Mensch, dieser Fuchs! Ich leufe dem weiter nah. Ich vertraue dieser Stimme nicht. Oh, oh, oh! Natürlich. Nein, das ist alles Angies Schrift. Oh, oh, oh! 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 Als ob die Kleine das versteht, was der Stein einem sagen möchte. Oh! Okay, dann war's der letzte. Die Spiele, die dir Spaß machen, du kannst sie alle haben. Oh, die Beerenfalle war wieder offen. Shit. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Wunderbar. Jetzt, nur ehrlich, und denk über das, bevor ich anspricht. Die erste Frage. Ich würde gerne auch mal in echt sehen, aber ich glaube, das ist sehr selten. Nein. 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 Auch nicht. Oh no, I hope it doesn't rain that much I don't like my feet getting wet I'm a little lady, you know Hey, look at that I think we're here Benjamin I'm cool I'll keep an eye out here While you go inside and look for clues I'm sure that Fox Has hidden the eternal happiness here Make sure the cabin is empty And if you see the Fox Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood He must be so muscular That's up That's up Okay, I will look around Maybe I can find my eternal happiness If Benjamin has it I ask him to share the prize with us And everything will be fine Is this Benjamin's? He got some sweet style I like it A video player The music is cool Oh no I should say it's hanging Shit, deswegen hat's so geruckelt am Anfang Ich konnte das früher immer hören Wenn ich meine Kassette in Kassettenrecorder geschoben habe Oh, I have been lost to the video player Direkt auf Stop geklickt Und dann Kassette raus Und vorsichtig wieder rein machen Oh, what a cozy couch Is that Benjamin's diary? Natürlich lesen wir das Ich muss auf eine gefährliche Mission Mission muss erledigt werden Dafür habe ich trainiert Nervös, aber okay Muss mehr Selbstvertrauen lernen Bin aus Senan-Sede nach Pandora gereist Als Nebel kam Packe Dinge und Essen Keine Ahnung, wie lange ich bleibe Miete Hütte bis Arbeit fertig Aufgabe ist wichtig Boss sagte Viele Opfer in Stadt Rauche Mut Nach langem Weg in Nebel In Stadt angekommen Heißt Openfields Kleine Stadt Hat guten Wald Hütte sehr schön Hat Fernsehen Küche Schlaf auf Sofa Schmücke Hütte Fischbällchen Riechen komisch Habe Pilze gegessen Nach Schlaf sehr erholt Versuche Parasit zu finden Nicht gefunden Erster Tag versagt Viele Opfer In Spiel von Parasit verloren Kann nichts machen Bin traurig Schicke Nachricht an Boss Manche Opfer kommen nicht nach Senan-Sede Sehe Parasit Macht mir Angst Keine Pilze mehr essen Brauchschmerzen Und viel Luft Nicht gut Nicht mehr Pilze essen Kinder Parasit Kinder Parasit Pilze Ernsthaft Gefahr Fühle mich nicht gut Gefährliche Pilze Bleib zu Hause Hacke Holz Und mach Tee Und Wurzelsuppe Schmeckt gut Mache Puppen Und Bilder für Opfer Wenn sie sie sieht Gut Parasit infiziert Als Morgo Code 0101-012222 Spielt gerne Habe Anleitung für Schritte Morgen Mut Jetzt ausruhen Bis Bauch wieder gut Oh Bord Bandy Keine Bauchschmerzen Nur Luft Geh raus Hilfe Opfern Morgo weiß Ich bin hier Morgo hat Alte Einen Trick Oft gemacht Aber er macht Fehler Hat Opfer Ihn hören lassen Opfer Code Miss Fort Schöner Code Morgo darf sie nicht haben Sagt Boss Sie muss gerettet werden Habe ich vollgeschritten Habe Morgo Gestalt Annehmen sehen Gruselig Hm Missen A Voice It's the Mooster Was schickt Nachricht Beobachte Haus von Opfern Schlafe draußen voraus Verstecke in Müll Versage bei Finden von Parasit Heute nicht gekommen Großes Problem Miss Fortschir beobachtet mich Seltsam Warum sieht mich Er hat große Augen Ich laufe weg Fühlt sich warm An dem Bauch Vielleicht Kesselpilze wieder Ich sehe Morgo alten Trick nutzen Opfer merkt nicht alles Alles wiederholt sich Wiederholt sich Muss Mutig sein Und jedes Mal Parasit stoppen Schicke viele Opfer Nach seiner Seele Bin Level 2 Beschützer War ich selbstsicher Habe jetzt Primee Illumination Stock Ist das ein Spiel? Always again Oh Shake a penjus stick Ja den haben wir gesehen Den Stock Probiere Prima Im Wald lustig Fühle Mut Über Miss Fortschir zu helfen Sehe sie redet zu viel Glaube sie ist stark und lustig Morgo von Scham verwirrt Habe Film zu Holz sammeln gemacht Und Parasit kam Aber ich jetzt Mut ich nur ein bisschen Angst Sage Boss ich mache heute Alle Schritte gemacht Frühstückstee Grote Gefühl mit Tee Kräuter aus Wald sind lustig Ich Mut und selbstsicher Heute ich bereit Ich sage doch Der Fuchs vertrauen wir Besser als der Stimme Es sieht aus wie Benjamin Likes zu Educate Hinselv Ich liebe das In der Fuchs revive neue Alles ний Max ach Jese Der Erk perspectives Et 100 Op outras olm especially He smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's Blunt. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. Danach hat er sich mutig gefühlt. Ich schau wieder. Alles was ich mache ist falsch. Ich glaube wir hatten noch ein paar von den Ecstasy Pillen drüber. Neeeeee! Wo war der Hund? Nicht schon wieder Kotze, ey! Wo Kotze eigentlich immer? Er hat so ein bisschen was von Parry. Von... ...dingens her. ...thunder Benjamin? Don't worry. You can hold my hand if you want to. Huh? What are you... Is this... ...a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary! I'm sorry if you're upset because I read it. But I was curious. Is it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. You can't hide the children. You can't hide the children. Are you rescuing me Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Ja lauf! Mach die Klappe zu. Benjamin? Where did you go? There's a hole behind the painting. Hellooo? I can't reach it. I'm a little lady, you know. I'm a little lady, you know. Uh huh. Such a clever little lady. Oh no. Is this... Benjamin? Oh no. Time to use my ninja skills. Uh huh. Uh huh. Little bad crock. Be quiet! Uh huh. This is a ninja mission. Benjamin? Are you here? so it was benjamin placing this but benjamin seems so nice maybe he put them for that monster this is like sushi balls hmm a picture of a key interesting my ninja senses hmm a real ninja lady always touches everything a secret button all right then i push the button that was easy all right time to find benji oh god oh that was unfortunate stay up that wasn't it did you let that stop you get up miss fortune you can do it because because what 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 Oh, ein Babydeer. So süß. Achtung. Ein Babydeer. Ist das Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. And I, I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you. At home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Am Ende wirst du realisieren, dass du dem Handel bereits zugestimmt hast. Ich hab irgendwas zugestimmt. Für Studenten des Beschützerkurses der Universität Sende. Drei Schrittanleitung zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits Einführung. Da sich die Ultrarealität der Konzepte Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb des Kon... ...aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich kreiert. Wir nennen es das Jenseits. Ja. Ich würde gerne auf weiter. Ich kann nicht mehr auf weiter. Beklopести Nagel- Ich würde gerne auf welcher Seite gehen und sehen. Der ist ja jetzt die neue Leiter. ...dann die Bettedreise. Ich würde gerne auf das echte Tren runterkommen. ... ... ... ... Benjamin versucht mich zu erzählen. Er weiß sich so, wie ein Fokse-boy-boy. Okay, ich werde hier warten. Wartung, wartung, für ein bisschen. Okay, ich werde mit mir sprechen. So, Miss Fortune. How have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The dream is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Ja. Die war ganz schön lange jetzt unterwegs. Das war. wäre I von der